Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder was sehr interessantes für euch, nämlich wurde ich jetzt schon ein paar mal gefragt, ob ich nicht mal irgendwie so ein paar japanische Mythen, Legenden oder so irgendwie vorlesen kann. Und da habe ich mich jetzt mal auf die Suche gemacht im Internet und habe was gefunden auf japaniac.de. Und zwar sind das die fünf gruseligsten Horrorgeschichten, die aus Japan kommen. Und die lese ich euch jetzt heute einfach mal vor. Ich habe jetzt selber auch noch nicht genau gelesen, ich bin einmal ganz kurz so drüber gegangen. Ich glaube, ich kannte davon tatsächlich nur irgendwie eine Geschichte, weil ich mich irgendwie nie so wirklich damit auseinandergesetzt habe, obwohl ich eigentlich sogar gerne Horrorfilme gucke. Japan ist ja auch sehr bekannt für gruselige Horrorfilme, wie zum Beispiel The Ring und so weiter. Also gruselige Sachen erzählen, ich denke, das haben Japan auf jeden Fall drauf. Und ich lese euch jetzt dann einfach mal die fünf gruseligsten Geschichten vor. Schreibt mir auf jeden Fall dann mal in die Kommentare, was ihr davon schon kanntet und was ihr davon haltet. So, Geschichte Nummer 1 heißt die Okiku-Puppe. Die Legende besagt, dass ein Junge namens Suzuki Eikichi im Jahre 1918 eine Puppe in der Einkaufsstraße von Sapporo, der Tanuki-Koji-Straße, gekauft hat. Er schenkte sie daraufhin seiner kleinen, zwei Jahre alten Schwester Okiku. Sie verliebte sich sofort in die Puppe im Kimono und weißem Gesicht. Ein Jahr später starb Okiku jedoch plötzlich an einer Erkältung. In Gedenken an sie stellte die Familie einen Altar im Zuhause auf, wie es in Japan üblich ist. Auch die Puppe fand neben der Uhr ihren Platz auf dem Altar und hörte von da an zu, wie die Familie für die Tochter betete. Kurze Zeit später bemerkte die Familie, dass das Haar der Puppe länger wurde. Sie waren verwirrt und erschrocken und zogen so Mönche des Mandengi-Tempels aus der Umgebung zurate. Diese meinten, der Geist des Mädchens lebe nun in der Puppe. Die Haare wurden bis zu 25 cm lang und trotz regelmäßigen Haarschnitts wuchsen sie auf die besagte Länge. Als die Familie wegzog, ließen sie die Asche und die Puppe bei den Mönchen, die sie bis heute bewachen. Gruselig ist, dass sogar ernsthafte Forschungen mit der Puppe betrieben wurden und man herausfand, dass es sich bei den Haaren um die eines echten Kindes handelt. Okay, das ist echt ein bisschen gruselig. Keine Ahnung, das würde ich glaube ich nochmal später genauer googeln, um rauszufinden, was da dran ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen unheimlich. Die zweite Geschichte heißt Hito Bashira. Hito Bashira, auch bekannt als die menschliche Säule, ist die Menschenopferung im vormodernen Japan, als man Menschen noch lebendig unter Bauwerken begraben hat, um die Götter zu besänftigen. Damit das Gebäude nicht einer Naturkatastrophe oder Feinden zum Opfer fällt. Die Menschen glaubten, die Hito Bashira würden als Wächter die bösen Geister bekämpfen. Der berühmteste Fall eines Hito Bashira stammt aus dem Bau der Burg Matsue in Matsue in der Präfektur Shimane. Die Burg wurde inmitten des 17. Jahrhunderts gebaut und hatte einige Schwierigkeiten, da die Mauern des Öfteren einbrachen. Das Menschenopfer sollte das Fundament festigen, damit die Wände halten. Für die Opferung gingen die Wachen der Burg auf das Bon Matsuri, ein Fest für verstorbene Seelen, und nahm die schönste Tänzerin mit. Sie töteten sie und begruben sie in einer Wand. Die weiteren Bauarbeiten verliefen daraufhin gut. Doch wann immer ein junges Mädchen in den Straßen Matsues tanzt, fängt die Burg an zu beben. Seitdem ist das Tanzen in Matsue verboten. Das war's. Was? Hä? Okay. Das ist, ähm, mysteriös. Aber, ja, ich hab jetzt noch irgendwie eine krasse Geschichte erwartet mit, keine Ahnung, die kam da wieder raus aus der Säule und hat alle abgeschlachtet oder so, aber gut, da nicht. So, die dritte Geschichte heißt Akamanto und von der hatte ich schon mal vorher was gehört. Die ist auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Also, ja, passt auf. In öffentlichen Toiletten Japans existiert die Legende, dass es in der letzten Kabine spukt. Akamanto ist der Geist dieser Kabine und fragt dich mit mysteriöser Stimme, ob du blaues oder doch lieber rotes Toilettenpapier hättest. Wenn du rot sagst, schlitzt Akamanto dich auf, bis deine Kleidung rot gefärbt ist. Sagst du jedoch blau, wirst du gewürgt. Bis dein Gesicht blau anläuft. Jeder Versuch, Akamanto auszutricksen, indem man nach einer anderen Farbe fragt, führt dazu, dass er dich in die Unterwelt zieht. Nur wenn du dankend ablehnst, verschont dich der fragende Geist. Ja, Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Also auch hier Reisetipp für den nächsten Japanurlaub. Falls euch Akamanto begegnet, einfach nur dankend ablehnen, damit ihr nicht entweder aufgeschlitzt oder gewürgt werdet. Also, ja. So ein Quatsch. So, jetzt kommt die vierte Geschichte, da ist das Bild schon ein bisschen gruselig. Und sie heißt Teke Teke. Einer Legende nach fiel eine junge Schülerin auf die Gleise einer U-Bahn und wurde am Bauch in zwei geteilt. Ihr Oberkörper wandert bis heute durch die Straßen mit einer Säge oder Sense und überfällt unschuldige Menschen und schneidet diese in zwei Hälften, damit sie nicht mehr alleine sein muss. Einer Geschichte nach wollte ein Junge spätabends nach Hause gehen und sah dabei ein junges und hübsches Mädchen, das mit den Ellenbogen auf dem Fensterbrett eines Klassenzimmers geschützt hinaus sah. Sie lächelten sich an. Der Junge wunderte sich, was ein Mädchen in einer reinen Jungenschule zu suchen hat. Doch bevor er weiter darüber nachdenken konnte, sprang das Mädchen raus und zeigte den fehlenden Teil ihres Körpers. Der Junge stand vor Schreck erstarrt und konnte nicht wegrennen. So hat sie auch ihn in zwei Hälften zerschnitten. Dann krabbelt sie wieder weg und macht das Geräusch Teke Teke, das ihr ihren Namen gab. Okay, also irgendwie gruselt mich das jetzt alles eher nicht so, aber gut. Naja, geben wir doch mal Geschichte Nummer 5 der letzten Geschichte noch eine Chance. Vielleicht ist die ja wenigstens auch ein bisschen gruseliger. So, die Geschichte heißt Kutsisake Onna. Kutsisake Onna ist eine großgewachsene Frau, die nachts mit einer Atemschutzmaske durch die Gegend läuft. Das klingt ja noch normal, da diese Masken gerne in Japan getragen werden, wenn man erkrankt ist. Aber bei dieser Frau ist nichts normal. Diese Frau hält dich an, bevorzugt Kinder, und fragt, bin ich schön? Wenn du mit Nein antwortest, holt sie eine Schere heraus und schneidet dir den Kopf ab. Sagst du dagegen Ja, zieht sie ihre Maske ab und enthüllt ihren von Ohr zu Ohr aufgeschlitzten Mund. Dann fragt sie dich noch einmal, und wenn du noch immer Ja sagst, schneidet sie auch deinen Mund so weit auf. Sagst du Nein, schneidet sie dich hin zu helfen. Oh Mann, ey, ich will das ja wirklich echt gerne gruselig erzählen, aber ich find's einfach lustig. Es gibt keine Möglichkeit, ihr zu entkommen, da sie immer wieder vor dir auftaucht. In den 70er Jahren fand man eine Frau tot auf. Sie wurde dabei gesehen, wie sie kleinen Kindern nachgerannt ist, als sie plötzlich von einem Auto erwischt wurde. Der Mund der Leiche war von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt. Ja, dann ist das bestimmt ihr Geist oder so. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, gegruselt hab ich mich jetzt eher weniger. Und ihr? Schreibt's mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Also, diese Geschichte mit dem Klopapier ist sowieso... Also, ich frag mich wirklich, wer sich sowas ausgedacht hat. Das find ich sowieso immer ganz interessant. Woher kommen solche Geschichten, ne? Aber naja, gut. Ähm, ich hoffe, ich hab euch trotzdem ein bisschen unterhalten, wenn auch nicht gegruselt. Vielleicht, äh, liegt ja jetzt gerade auch einer von euch schreiend in der Ecke, weil er Angst hat vorm Klopapiergeist. Aber ich glaube mal irgendwie fast nicht. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ja, ob ihr davon irgendwas gruselig fandet oder ob ihr das auch eher ein bisschen lustig fandet, so wie ich. Und wenn ihr noch irgendwie gruselige Geschichten kennt oder so, könnt ihr ja mal irgendwie den Link in die Kommentare schicken oder die Geschichte reinkopieren oder irgendwie sowas. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das war jetzt ja eher ein Fail. Aber naja, war auf jeden Fall trotzdem ganz unterhaltsam, mal zu lesen. Ja, ansonsten würde ich mich trotzdem sehr, sehr, sehr über einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen. Folgt mir auch gerne auf Instagram und Twitter für noch mehr Posts und Bilder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!